Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Hoffentlich geht's Ranfri gut. Ranfri, Mann, ich will nur noch ein R reinhängen, aber das ist ja wirklich. Wir müssen mal die größten Sachen mit dem nächsten Bündnis angehen, denke ich. Hey. Spitz. Stimmt. Stimmt. Okay. So, wir haben ja schon wieder eine ganze Menge Punkte. Weiß nicht, wo das noch hinführen soll, ehrlich gesagt. Ah. Das ist gar nicht mal so blöd. Schrecken. Schrecken. Achso, ne, ich müsste hierhin. Ne. Mehr Andrenalin. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Brief von Soma. Brief von Soma. Nun, sollen wir weitermachen? Natürlich. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. 90 und 90, 130... Wir werden sie von den Gewässern einfach abschirmen für das Erste. Wir müssen uns helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nortor und frage herum. Werde ich. Gut. Ich erwarte deine Rückkehr. Gut. Ähm... Aber mein Ziel wäre... Ein Raubzug. Aus irgendeinem Grund hat er aber gar keine... Dinger. Aber ich hoffe, dass wir da trotzdem was kriegen. Das Schiff ist aber nicht da. Und... Nee, das war's für die Richtung. Sehr schön. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Sollen wir da Fegel setzen, ey? Fegel setzen. Schiff! 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 Vielen Dank. 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 Hey, yeah. Yeah, 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 yeah. Naja, wenigstens ein paar Rohmaterialien. Eine Geschichte! Das war's schon mit der Geschichte? Ja gut. Ich glaub, eindeutiger, dass die gelogen ist, geht's eigentlich nicht. Das ist die Frage. Rechts hätten wir halt tatsächlich die Chance, ein bisschen was zu besorgen, ne? Wir könnten's hier versuchen. Das ist echt komisch. Nur diese eine Stelle hier. Ah, ne, das ist das hier. Deswegen ist das so krass. Segel runter! Segel runter! Segel runter! Segel runter! Es gibt vielleicht noch eine Waffe, falls wir es schaffen. Aber es geht nicht schlecht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 hmmm, Tor verleiht mir Kraft! Schreckt der sich hier im Gebüsch? Schreckt der sich hier im Gebüsch? Ja, das ist eine Standard-e. Ich brauche Hilfe! Ja, dacht, du bist es. Ja, dacht, du bist es. Könntet ihr die Häuser erst plündern und dann anzünden? Sie wurde wohl verriegelt. Das würde uns echt viel... Da kann ich jetzt nicht reinkommen. Doch, kann man. Ja. 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 Los, ich brauche hier Hilfe. Hey, ich schaffe das nicht allein. Das war's, verschwinden wir! Ich fühle mich schon stärker. Und wir können unsere nächste Reiseplan, wenn wir den Fluss hier folgen. Na gut, was da so kommt, das wissen wir noch nicht so richtig. Aber wir können erstmal bis hier hin segeln und mal gucken was passiert. So meine Freunde, wir segeln gen Westen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.